Weil der Kampf gegen die Erderwärmung nach nie so wichtig war, mobilisiert die Stadt Dietlängsisch. An der Kontinuität des ersten Klimapakt wird Dietlängsisch engagiert und aus dem Klimapakt 2.0 beigetragen. Lützebue will seine Zähregasemissionen bis 2030 um 55% reduzieren. Der Klimapakt 2.0 wird meistens die Ziele auf dem kommunalen Niveau zu überdrehen. Für die zukünftige Generationen zu schützen und die nachvollziehbare Lebensqualität zu verbessern, werden alle Menschen die Leisungen in die Lage geholt an unterschiedlichen Bereichen wie Energieverbrauch und Neuerbare Energien, Aufpassung und den Klimawandel und die Ökonomie circulaire. Der Klimapakt 2.0 wird auch eine Gelegenheit für die Stadt Dietlängsisch für Hand an Hand mit den Bürgern zu schaffen, an dem sie ein Klima-Team auf B stellt, der sich regelmässig mit all diesen Themen befasst. Kommt, wir setzen uns zusammen für das Klima an. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020